Montag, 7. Dezember, wunderschönen guten Morgen. Das hier ist Apples offizielles Lightning Dock. Kommt in vier hübschen Farben, die dem iPhone entnommen wurden. Es funktioniert aber nicht nur mit dem iPhone, sondern auch mit dem iPod Touch und mit dem iPad. Ich würde kein iPad Pro reinstellen, das funktioniert nämlich nicht. Aber wenn man so ein bisschen vorsichtig ist, dann funktioniert ein iPad Air 2 ohne Probleme. Ich mag, dass das Dock so offen ist. Das heißt, auch zukünftige Geräte, die mit Lightning Port erscheinen, werden dort funktionieren, wenn sie nicht extrem wuchtig sind. Das heißt, auch iPads und iPhones mit Cases funktionieren an diesem Dock. Der Port an der Rückseite ist ein Lightning Port. Das heißt, das Lightning Kabel liegt wie so oft nicht bei. Das muss man selbst mitbringen. Und der andere Port ist ein Audio Port. Das heißt, wenn das iPhone im Dock drin steckt, verdeckt es natürlich den Eingang für den Klinkenanschluss. Wenn man trotzdem Musik hören möchte, während das iPhone im Dock drin steckt, kann man einfach den rückseitigen Port verwenden. Man kann natürlich auch nur eine externe Box anschließen. Dieser Port killt aber nicht den Sound, wenn man es als Wecker benutzt. Ich mag die gummierte Sohle und insgesamt das Low Profile, was dieses Dock bietet. Es fällt nicht sofort auf, funktioniert aber und tut seinen Dienst und ich bin damit sehr zufrieden.